Die absolut totalitär Souveränitätsleistung, die Frauen vollbringen und die alle Gegenleistungserweise, alle Gaben, alle Ansprüche, alle Geschenke und Geschnecke von vornherein schon als bezahlt, wird erklärt und keinerlei Rückerstattung, Rückerweisung benötigt. Das ist eben die Tatsache, dass sie die Promovierung und Prolongierung des Lebendigen auf ihre Schultern nehmen. Denn wenn es das Einzige ist, was im Realen überhaupt von Bestand oder Bedeutung sein kann, so ist nichts und niemand mit diesem Geschenk verglichen nicht bereits bezahlt oder beglichen im Schuldausgleich.